So meine Lieben, geh ich mir draußen, hallo und ein herzliches Star Wars, repartner Kommando, wir, wir kommen, wir haben das, wir, 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 wir Oh Mann mach weg! Oh, au! Wooh! On die, okay. Oh, das ist wirklich krass. ich werde sagen ich werde sagen ich werde sagen mit dem Ding Wir haben so gut wie gar keine Motivation. Motivation ist am Start. Auch in Kapitel, oder? So eine Dose versperrt uns den Weg. Oh, was ist da denn los? Okay. Okay. Oh, kleine süße Wookiee Babies. Wookiee Babies? Wookiee Babies? Wookiee Babies? Wookiee Babies? Mein Granator ist nichts profound. Na, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Das ging flott. Okay. Boah, mach doch mal Platz, Digga. Ja, in Ihrem Garten wimmelt es von Ungeziefer. Kann nur schaden. Ja, eigentlich nicht. Zu niedlich. Ja, so schnell sind die Bösen aber auch weg, ne, bei dem Ding. Hatten wir hier noch irgendwo Bugda? Oh, nee, ne? Komm, mach doch mal Platz. Geh weg da. Da komm, Lattnacht. Der Große ist auch nicht tot. Das schaffe ich hier niemals. Oh, oh, oh. Na, schaffen wir das oder schaffen wir das? Die haben mich kalt gekriegt. Ja, los. Bin ihr bereit, Subraum. Durchhalten, Fixa. Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ihr seid für mich meine Helden. Wozu wusste ich? Ja. Oh. Mann, 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 Lattnacht. Ein sauberer Treffer, Sir. Da kommen Sie alle. Wollen wir mal schnell abspeichern? Ja, lieber ist, ne? Ich hab Bock, den ganzen F*** nochmal zu machen. Da. Granata. Ja, warte. Ah. Sehr, sehr. Los, los. Keine Motivation, kein Bug, da kein Gornitz, ne? Wie machen Sie alle Deltativen, Blüder? Nein, ist okay. Oh. Joa. Keine Garnade. Ich lade nach. Ami. Ach, einer ist schon dauernd. Sie versuchen wohl durch die Tür zu kommen. Wir könnten Sie mit einer kleinen Granate begrüßen. Hab keiner. Ich habe das. Ausgezeichnete Idee, Fixer. Ich fange jetzt an. Komm mal schnell. Äh, Mimi, Mimi. Sprengsatz ist scharf. Gesichert. Deko, Granate. Noch ein bisschen. Wir sind drin, Delta. Bagda, Prozedur einleiten, Delta. Bin schon unterwegs, da. Wenn dabei. Ich fühle mich schon besser. Meister. Eilen Sie sich, Delta. Hole Bagda. Der Kreuzer der Separatisten hat sich ins Energietest des Baums eingeklinkt. Er zieht die ganze Energie von den Abwehrgeschützen ab. Wir wissen von Tervul, dass in diesem Wartungsgang einige Notstromaggregate stehen. Aktiviere Detonator. Gesichert. Sehr nice. So, da haben wir neue Motivation. Das schmeckt sehr, sehr gut. Pop, 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 pop. Was? Uninteressant. Will ich mal vielleicht vorsieht, die Tür nennen? Hecken Sie die verdammte Tür, Delta. Hecken Sie die verdammte Tür, Delta. Hecken Sie die verdammte Tür, Delta. Okay. Okay. Der ist einer von der größeren Sorte. Wer? Oh. Alter, wer steht denn da hinter mir? Kann jetzt nicht sein, das ringe das Telefon. Wir machen Sie alle Delta-Team. Wir machen Sie alle Delta-Team. Wieder am Boden. So, ich will an Ihnen gerne helfen, aber ich bin beschäftigt. Unterstütze Delta 4-0. Sollen Sie das mal selber machen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht schaffen Sie das ja. Oh, zwei sind tot. Uh. Uh. Na siehste, komm und rett uns alle. Ja, nee. Na, das haben wir auf jeden Fall. Was? Okay. Ja, okay. Uh. Ein Gemetzel findet hier statt. Oder hat hier stattgefunden. Meine Güte. Ich bin bereit, das. Aber es ging ja gut. So gerade eben. Ich bin bereit. Gehen wir los. Haben wir von hier? Okay. Genehmigen Sie sich etwas, Bagdad. Wurde Bagdad, Sir. Ja, Sir. Bin unterwegs. Ja, Sir. Allerdings müssen Sie sie hacken, wenn Sie sie aktivieren wollen. Sind wir das mit? Will da nicht noch irgendjemand? Wir holen Sie auf 100%. Das wäre ja schon besser. Auf die leise Tour, Delta. Heckvorgang läuft. Ich brauche Feuerschutz. Wir dürfen, wir können rein, Sir. Okay. Das ist eine Falle. Da ist das erste Notstromaggregat. Hecken Sie sich in die Steuerung und aktivieren Sie es. Ich muss nachladen. Mann. Aber knapp. Mehr als knapp. Wo ist denn meine Knarre? Ich hätte gerne das Bagdad-Ding noch mal. Ich gehe noch mal ran. Ich gehe einmal durch die Tür raus. Die Musik wäre dramatisch. Warum? Oh nein, 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 nein. Nicht die Affen schon wieder. Mann, nach hinne. Interessiert Sie das nicht, dass ich die Tür mit dem Superhammer-Gehler wegmache, ne? Was? Oh. Können Sie nicht später sterben, Sir? Das sind jetzt drücken. Haben Sie die kaputtgekriegt? Ich unterstütze Sie ja, Lieder. Der Hammer. Jetzt wären wir von ein paar Geonosianern eingemotet hier. Das kann doch nicht sein. 07 hat sie erwischt. Hilft die. Äh. Wir gehen jetzt mal raus und laden noch dann. Scheiße. Scheiße, du. Wir wecken jetzt wieder so ein Ding, bis wir alle erledigt haben. Helfen Sie Ihre Einheit, Delta Leader. Anwärtswahr. Alle nehmen wir jetzt. Keine Sorge, bin gleich wieder da. 6-2 muss nachladen. Wir tun. Wir werden immer wieder zurückkommen. Und immer und immer wieder. Das kann Ihnen nicht sein. Das kann Ihnen nicht sein. Man macht doch mal die Kite da jetzt so. Was soll das denn? Aus dem Weg. Das kann nicht sein, ne? Kaum ist man da irgendwie dran. Schon sind sie denn da. Was macht der Fixer hier? Der fixt sie so ein bisschen rum. Natürlich muss ich sein nachladen. Habe ich hier irgendwas anderes hier noch an Waffen? Wir machen sie alle Delta Team. der andere ist jetzt auch weg dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und dauert noch sind die zu dumm das sind die zu dumm die reinheit sind schwache vital daten egal weil sie schwach stetige Alpha Generator online wo kommt ihr jetzt nochmal her? wo ist denn noch einer? Hilfe ist unterwegs 07 ah ja ok und jetzt sind die natürlich alle weg die Geonosianer, ne? das ist ja der Hammer 07 meldet sich zur Stelle Sir, laus ach wie schön, Bagdad gönnen sie sich ein bisschen Bagdad hinter bin schon unterwegs Sir ja Sir äh sie braucht Sir warum holt wir 6,2 im Kampf bereits der Alter hat geholfen heilen sie sich Delta besorge Bagdad ich bin richtig frisch drauf ach, viel besser ja ok nochmal speichern und Kinderchen das war's wieder für heute wir sehen uns wieder in der nächsten Folge es hat mir Spaß wie viel besser ist sie wollen ich bin die die Vielen Dank.